Blizzard ist eigentlich bekannt dafür, sich vor Release eines Titels normalerweise nur ungern in die Karten schauen zu lassen. Doch bei Mobile Cracker Heroes of the Storm soll dies nun anders werden. Wir zeigen euch hier unsere Top 10 der Features, die uns an Blizzards Beitrag zum extrem beliebten Genre am besten gefallen haben. Wenn man sich gerne auf den Karten umschaut, wird man feststellen, dass sich überall irgendetwas bewegt. Beim Fluch vom Rabenfürst erscheinen kleine gruselige Raben entlang der Lanes und weisen auf das Unheil hin, das über ein Team von beiden hereinbrechen wird. Im Garten des Streckens stehen Adlige hinter der Absperrung und schauen sich das Spektakel von bunten Pavillons aus an. Ihr seht, die einzelnen Maps sind extrem detailliert und es gibt super viel zu entdecken. Weitere Karten sind auch bereits angekündigt und wenn man nicht gerade dabei wäre, Zwischensöldnerlagern und Kartenobjectives umherzuhetzen, während man einander durch die Lanes jagt, könnte man beinahe Lust auf genauere Erkundung bekommen. Blizzards Liebe zum Detail zeigt sich aber in jedem Battleground. Egal ob ihr es bewusst wahrgenommen habt oder nicht, aber eure Helden bedanken sich sogar regelmäßig bei Heilern oder lassen beim Pingen von Zielen kleine Sprüchlein vom Stapel. Egal ob nun ETC einem ausgewählten gegnerischen Helden mal ein Faustbrot in den Hals schieben will, Funkelchen seine Wiederauferstehung nach dem Tod mit Yippie feiert oder Stitches als gewaltige Wanderdüne der stumpfen One-Liner jede seiner Aktionen mit liebenswürdiger Naivität kommentiert, die Vertonung ist auch im Deutschen großartig. Doch leider werden wir nur im Englischen die geräumten Verse von Funkelchen aka Wide Wing zu hören bekommen und uns Illidan mit seinem berühmten Trailerzitat beglücken. Das schönste vorweg, auf Stufe 10 eines jeden Helden wird der Elite-Skin freigeschaltet, den ihr durch Gold aktivieren könnt. Doch auch schon vorher schaltet ihr für eure Helden besondere Einfärbungen umsonst frei. So habt ihr viele verschiedene Looks, die ihr je nach Laune verwenden könnt. Dazu kommen noch diverse Mounts, die falls euer Held überhaupt ein Mount verwenden kann, auch noch nach Belieben farblich verändert werden können. Den großen, bösen Diablo auf einem Regenbogeneinhorn? Kein Problem. Das Prinzip klingt simpel, doch sorgen die Daily Quests in der Tat dafür, dass jeder Spieler nochmal einen kleinen Anreiz bekommt, über den Tellerrand hinaus zu schauen. So lässt man auch mal den geliebten Tassadar beiseite, um die Quests für Charaktere aus dem Diablo-Universum zu absolvieren und das extra Gold einzustreichen. Generell sind diese Quests eine tolle Quelle für mehr Gold. Und dank des Matchmackings braucht man auch keine Sorge zu haben, dass genau die Charaktere, für welche man die Daily gerade aktiv hat, einem vor der Nase weggepickt werden. An einigen Stellen im Game musste ich kurz innehalten und habe wirklich überlegt, Moment, dieser Sound kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Und Tatsache, es wurden immer wieder einzelne Parts aus beliebten Themes von Blizzard-Titeln übernommen und Map-unabhängig in den Soundtrack von Heroes of the Storm eingearbeitet. Das funktioniert nicht nur großartig und sorgt für einen einzigartigen Mix an Musikstücken, sondern es macht auch noch gute Laune, wenn man beim Niedermachen des gegnerischen Teams dem krachigen Terraner OST von StarCraft 2 zuhören kann oder in der Mine beim Farmen von Schädeln die Pandemonium Fortress aus Diablo 2 musikalische Grüße entsendet. Egal, ob ein Spieler einen Disconnect hat oder ihr ein Objective der Karte erfüllt, euer Team komplett ausgelöscht wird oder aber der verloren gegangene Spieler ins Game zurückkehrt. Sie haben zu jeder Situation einen Spruch auf Lager und ihre Brandbeite reicht von der makaberen Hüterin der Gärten, welche gefallene Helden als Düngemittel ansieht, bis zum zynischen Rabenlord, der Spieler darauf hinweist, dass ein weiterer Fähigkeitspunkt beim Level-Up doch schon ganz schön übertrieben ist. Selbst nach etlichen Stunden Played finde ich die Sprecher immer noch nicht nervig und beim untoten Kapitän Schwarzherz oder Blackheart kommt sogar richtige Arrrr-Piratenstimmung auf, wenn er die gegnerischen Forks mit seinen Kanonen unter Beschuss nimmt. Die Sprecher sind allesamt sehr motiviert und untermalen das besondere Flair einer jeden Karte extrem gut. Ihr wollt euren Krieger Anubarak als starken Pusher mit vielen kleinen Skarabänen spielen? Kein Problem, wählt einfach die entsprechenden Talente aus und lasst ihn alle paar Sekunden weitere Minions generieren. Ihr bemerkt als Supporterin Tyrande, dass euer Team genug Sustain hat und ruhig etwas mehr Damage ertragen kann? Dann wählt einfach Starfall als eure Ulti aus und erhöht so euren Flächenschaden. Man kann auf jeden Fall sagen, dass die Customization-Möglichkeiten auch ohne Items hervorragend funktionieren. Und die Bandbreite an Sondereffekten und Modifikationen der Skills ist atemberaubend. Einen Gruppenschild von Tyrael, der gleichzeitig heilt und beim Auslaufen explodiert, ist gewonkt. Goblin Gaslow als gebäudefressender Mechalord mit brennender Aura, der nicht nur Söldnerlager in Sekunden legt, sondern auch noch die angeworbenen Minions bufft? Großartig! Damit kommen wir aber auch nun zu den Karten. Und eines vorweg, reines 5 vs. 5 Lange-Kloppe ist nicht. Zumindest zu diesem Zeitpunkt gibt es keine einzige Map, bei der es euch leisten könnt, nach Schema F zu verfahren und die kartenspezifischen Besonderheiten zu ignorieren. Und egal, ob ihr nun in Dragonshire gleichzeitig den Schrein von Sonne und Mond halten müsst, um einen eurer Teammates an der zentralen Statue in einem gewaltigen Drachenritter zu verwandeln, der gegnerische Gebäude in Kleinaus verwandelt und das Team wie Fußbälle durch die Map kickt, oder ob ihr in den verfluchten Minenschädel von Untoten sammeln müsst, um einen Golem zu leben zu erwecken, der eine Lane für euch pusht. Es gibt immer was zu tun. Die Objectives zwingen euch im Regelfall schon früh in Gruppenkämpfe und belohnen das Team, welches mehr Einsatz zeigt, mit kleinen bis starken Vorteilen. Die Objectives stellen eines der zentralen Alleinstellungsmerkmale von Heroes of the Storm dar. Aber wer einmal dem alten Schwarzherz einen Zehnerstapel Dublon in die Hand gedrückt hat, um ihn damit für das Bombardieren der gegnerischen Verteidigungsanlagen zu bestechen, oder sich als gewaltiges Gartenungeheuer mit wuchernden Ranken einen Turm nach dem anderen zermalmt hat, der weiß, wie gut es sich anfühlen kann, für das richtige Ausführen der Kartenmechaniken belohnt zu werden. Wer in der Vergangenheit auch nur einen Blizzard-Titel gezockt hatte, wird durch das gesamte Game mit allerlei Fanservice belohnt. Diablo fühlt sich von den Fähigkeiten genau an, wie man den Oberbösewicht der Saga kennt und schmeißt mit Feuerwellen um sich oder röstet Gegner mit seinem todbringenden Flammenstrahl. Lichtkönig Arthas aus der Valkathreihe lässt Syndragosa den Frostdrachen mit eisigem Atem gefrorenen Tod über das Schlachtfeld verteilen und Tyros bringt mit seinen markigen Sprüchen aus dem Starcraft 2-Trailer richtig Leben in die Bude. Das Game belohnt Fans von Blizzard an allen Ecken und Enden, Grafikdesign und Charaktere lassen sich Fans sofort wie zu Hause fühlen. Die frischen Impulse des Games wie Variationen der Kartenmechaniken sind allgegenwärtig, doch auch bei den Charakteren entdecken wir auffallend frische Ideen. Funke hier zum Beispiel verzichtet auf ein Mount, kann sich aber alle 20 Sekunden zu einem befreundeten Helden teleportieren und sich mittels kleiner heilende Sprünge über das Schlachtfeld bewegt. Asmodan kämpft nur begrenzt selber, sondern beschwört lieber Gefolgsleute und stellt seinen Dienern und den Lane-Minions generelle zur Seite, die sie buffen und stärker machen. Und als Aber-Tour verwandelt ihr das MOBA temporär in ein Echtzeit-Strategie-Game und könnt das Geschehen aus der Sicht eurer Freunde verfolgen, während er sie bufft oder Schaden von ihrer Position aus verteilt. Selbst Kritiker, die der Auffassung waren, dass Blizzard mit Dota und Leech of Legends den Trend in Richtung MOBA verschlafen haben könnte, können hier ruhig zugeben, dass Blizzard mit seinem Beitrag zum Genre ganz deutlich zeigt, dass man selbst ein nun etabliertes Spielprinzip mit frischen Ideen neu beleben kann. Heroes of the Storm ist eine spielbare Hommage an über 20 Jahre Firmengeschichte und bietet Fans von Blizzard und des Genres einen bunten Spielplatz, um sich auszutoben. Und egal ob Neuling oder alteingesessener Veteran, die abwechslungsreichen Karten und Helden laden zur Kurzweil ein. Und ehe man sich versieht, hört man sich selber wieder sagen, ach, eine Runde geht noch.